Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die bestimmt gelingen und die einfach sind zum Nachkochen, wollen wir Ihnen auch das Jahr hier im Globstudio vorstellen. Nach dem Vorspeis der letzten Woche, ein Gemüsegisch mit Mozzarella, ist heute der Hauptgang an der Reihe. Und das ist ein Sauerbraten, der sich auch für eine grössere Tischrunde bestens eignet. Zusammengestellt und wie immer gekonnt, präsentiert vom Küchenchef des Restaurant Neclerc auf dem Bürgerstock, Armin Amrein. Grüezi miteinander. In unserer Metzgerei und in der Treteurabteilung finden Sie jetzt aber auch eine grosse Auswahl an Charcuterie, Salami, Lachs oder Pastete zum Arrangieren von reichhaltigen Buffets und schönen kalten Platten. Einige von diesen Köstlichkeiten offerieren wir Ihnen besonders günstig, lassen Sie sich also verführen. Vielleicht bevorzugen Sie an den Festtagen aber etwas Geräuchtes und haben sich wie tausende von anderen Familien für eine von den beliebten Quick-Spezialitäten entschieden. Auch da machen wir Ihnen eine ganz spezielle Festtagsofferte. Das Goop Naturaplant Quick-Schäufeli zum Beispiel, kommen Sie für 18,50 pro Kilo rüber. Quick-Schäufeli, sagt Ihnen das etwas, Armin? Ja klar, ich kenne es gut, habe es selber auch schon ausprobiert und weiss, dass es im eigenen Saft kocht und dann Tischfertigung dressiert wird. Darum ist auch die Zubereitung denkbar einfach. Eine Stunde im Wasserbad ziehen, dann in Portionen schneiden und schön garniert servieren. Auch mit Senf und Honig glasiert und mit Nägeln besteckt oder in Brot oder Blätterteig eingeschlagen und aufgebacken, ist Geräuchtes immer wieder ein attraktiver Blickfang auf dem festlich deckten Tisch. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Rezeptvorschlag von Armin Amrein, einem Saurbraten mit Herdtöpfelstock und Kürbiskugeln. Bei diesem Saurbraten muss man ein wenig vorausdenken, er muss nämlich mindestens eine Woche marinieren. Beide sind aus Essig, Wasser, Zucker, Wacholderbeere, Lorbeere, Nägeln und ein paar weisse Pfefferkörner. Also unbedingt früh genug ansetzen. Und das Fleisch rechtzeitig besorgen oder sicherheitshalber bei Ihrem Coopmetzger vorzustellen. Jetzt drin die Schultern gut abtrocknen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Mehl bestäuben. Im Öl anbroten, Rüeble und Selleriewürfel kurz mitrösten und ohne Deckel ein paar Minuten in 200 Grad vorgeheizten Backofen schieben. Die Marinaden abpassieren, aufkochen, den Braten damit ablöschen und einen Esslöffel Tomatenpuree drunter drühen. Dann zugedecktes Rokinova geben und bei 180 Grad zwei bis zweieinhalb Stunden schmoren. Und jetzt ist die Soße dran. Richtig. Das Fleisch rausnehmen und warmstellen, Rahm und Cremefresten zugeben und mit dem Vorgreming einkochen. Alles mit dem Stadmixer pürieren. Und erst dann durchs Sieb basieren, damit auch das gute Gemüse erhalten bleibt. Zum Schluss mit Preiselbeeren verfeinern und nochmal abschmücken. Dann den Braten aufschneiden, mit der Soße übergießen und mit Herdtöpfelpüree und Kürbiskugeln servieren. Mit Naturaplan hat sich Coop zusammen mit Ihnen für Produkte aus kontrollierter Freelandhaltung und tiergerechter Fütterung entschieden. Das Angebot ist, das haben wir am Anfang gesehen, grösser geworden und umfasst jetzt auch Charcuterie, Salami und einzelne Artikel aus dem Quick-Sortiment. Das Einhalten von der Coop eigenen strengen Richtlinien und der Pflichtenhefte für Produktionsbetriebe werden durch regelmässige Kontrolle von unabhängigen Organisationen, wie zum Beispiel im Schweizerischen Tierschutz, garantiert. Beim Fleisch von Coop Naturaplan ist die Sicherheit aus dem Grund sehr gross und man kann die Herkunft bis zum Bauer zurückverfolgen. Es erfüllt die höchsten Ansprüche an beides. An die Qualität und an die artgerechte Tierhaltung. Armin Amrein hat, wie könnte es auch anders sein, für seinen Saurbraten Coop Natura-Beef verwendet. Übrigens einen von den neun Rezeptvorschlägen, den Sie im Coop Festtagsmagazin nachlesen können. Heute in einer Woche erwarten wir Sie wieder da bei uns im Coop Studio. Dann mit einem Dessert. Mit einem Gratin von Apfelscheiben mit Vanilleglase. Weil aber nicht jeden Tag Festtag sein, haben wir jetzt noch ein paar Aktionen, die Sie sicher auch sonst gut brauchen können. Die Klementinen aus Spanien im 2-Kilo-Netz kostet 3,50 Euro. Atlantische Rauchlachs, geschnitten und verpackt aus Norwegen, kommen Sie über für 4,50 Euro. In einer Woche ist Weihnacht und noch immer keine Geschenkidee. Da ist sie. Ein Rewatch aus der neuen Winterkollektion. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Soviel für heute aus dem Coop Festtagsstudio. Danke für Ihres Interesse und auf Wiedersehen.